Schön, was von dir zu hören. Okay, crazy, wir haben hier den Paul sitzen. Paul... Panzer. Paul... Paul Panzer. Paul Panzer, yeah. Oh, der lädt schon wieder so ewig. Wenn es lange lädt, habe ich immer Angst, dass ich rausfliege. Und du bist raus, du sitzt wie auf der Bank. Oh, nee. Ah, stimmt. Schlüssel abholen. Es lebt noch. Und hat noch seine Kugel. Rückzug ist keine Schande, Hüter. Abgesehen von der Feigheit und dem Versagen ist es eine sehr gute Taktik. Wieso Rückzug? Wurde kein Torelord erlegt, Bruder? Und ob er das wurde? Geist? Liegt... Wir müssen den schwarzen Garten finden. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es Ihnen. Such bei dem Torlord nach dem, was Ihnen Eintritt gewählt. Warum? Wenn ihr Ihren sicheren Tod wollt, bringt sie doch einfach um. Wer die Motive anderer zu kennen glaubt, zeigt oft nur seine eigenen. Mein Motiv ist Loyalität zu einem Volk. Eine Königin und Schwester. Dann bitte. Nimm, was erforderlich ist. Denn es läuft sein, was ich erfors solve, mit dem Boden� wo er sich der Kugs.. Ja? Ne致 Land? Tod. Wie schade. Ich fürchte, die Reise war umsonst. Vielleicht. Aber ich halte sie für geschickt. Wir helfen. Aus Sympathie für ihren Reisenden. Mars. 84 Nord, 32 Ost. Meridianbucht. Ich habe Wohlwollen bewiesen, Hüter. Falls die Erwachten je einen Verbündeten brauchen sollten. Erwarte ich Unterstützung. Du stehst tief in unserer Schuld, Hüter. Schon verstanden? Eure Hoheit. Viel Glück. Vor allem im Sperrgebet. Was will der mit dem Riesenkopf jetzt? Den muss er erstmal anheben, irgendwie. Mars. Meridianbucht. Und empfohlen Level 15 bis 18. Alter, was? Mit dem kann ich ja erstmal vergessen, oder? Erstmal. Ja, ihr müsst unbedingt diese Dinger mitmachen, diese, ähm. Diese Karten, äh, wie heißt denn diese Raubzüge oder wie das heißt? Ich habe hier, jetzt habe ich hier ein Level 14, Strike, hier. Diese Beutezüge. Diese Beutezüge musst du unbedingt mitmachen. Was? Wo? Wo denn? Ja, die Beutezüge, die du dir umholst, die musst du unbedingt mal mitmachen, dann kriegst du ein Haufenzeug. Das sind ja nur Herausforderungen, in Anführungszeichen. Ja. Dann kriegst du aber ordentlich Punkte. Ja, aber, ne? Also nix aber. Ja doch. Doch, aber. Gewissermaßen. Ach, komm, du bist in Turm. Ich muss jetzt eh. Dahin. So oder so. Da habe ich jetzt so viele Aufnahmen, Alter, da habe ich jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen oder so. Boah, ich habe noch länger, ich sage, ich habe noch mindestens 13, 14 Stunden auf der Aufdauer. Latte, jetzt das hier noch. Also, ich habe eine Menge. Ich glaube, ich die Alter. Das Bock halt auch ewig. Ja, also, das hier, das wird bei mir erst in ungefähr zwei Jahren ausgestrahlt, was ich möchte. Ich habe jetzt zwei Jahre. So, ich bin vielleicht nicht, aber quisch, was ich damit sagen will. Das kommt halt nach dem eigentlichen Let's Play, ne? Naja, klar. Das ist ja... Zusatz. Das muss ich sagen, ja. Das Let's Play geht ja weiter. Ja, weiter. Man kann sich ja leveln noch. Man hat ja viele Strikes und Spiele-Rates und... Auf die Raids freue ich mich schon so. Acht Stunden Ding und so. Acht Stunden. Der wohl eine Macke, Alter. Also, es hat mir meiner gesagt, mindestens drei Stunden gedreht, so ein Raid. Boah. Wieso gucken wir erst mal den Scheiß hier ab? Na gucken, was hast du denn? Ob das wahr ist, finden wir da erst... leider. Finden wir erst raus, wenn es so weit ist. Hausbanner. Ich glaube, ein Hausbanner hier kriegt. So, was habe ich denn hier alles? Oh, geil. Seltsames Schmuckstück. Und ein kodiertes N-Gram. Ich habe jetzt eine blaue Waffe. Pass auf dich auch. Aber die hat bloß immer rein. Was macht denn die blaue Waffe? Blau leuchten. Was macht die blaue Waffe? Die leuchtet blau. So, was haben wir denn hier? 178. Ach, ich habe ja alles 178. Jetzt kann ich mir eine Waffe auszuholen. Ich habe ein Scharfschützengewehr, ich habe ein Fusionsgewehr, ich habe ein Schrotflinde und ich habe noch ein Fusionsgewehr. Da ich behalte mein Scharfschützengewehr. Ich nehme mein Fusionsding. Was habe ich denn hier alles gekriegt? Level 11, Level 11. Ja, das ist aber grü... Nein? Das ist mir jeden Tag schützend. haha, also? Ich denke, materials. Ich nehme meine Scharfschützengears해보세요, aber das geschnight, was wäre ein Fusions Culture брant Gesinn. Das ist mir schwierig, wenn ich regelmäßig возь helperääuciones. Das ist mir genauso groß. Ich bin aber auch. Ich spiele waiting das. , wenn ich damals so怎麼辦. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.